Empfehlungsmarketing 2.0 Hallo, mein Name ist Rainer Riedner. Ich bin der Betreiber von fitnessstudiosonline.de. In den nächsten zwei Minuten zeige ich Ihnen, wie Sie mit dem neuartigen Empfehlungsmarketing 2.0 viele neue Fitnessstudio-Mitglieder gewinnen. Sie als Fitnessstudio-Betreiber sind doch immer bestrebt, Mitglieder so zu animieren, dass diese über Mundpropaganda neue Mitglieder ins Studio ziehen. Richtig? Dieser Ansatz ist auch gut, aber nicht effektiv genug. Bedenken Sie, wenn ein aktives Mitglied im Bekanntenkreis ein oder zwei potenzielle Neumitglieder anspricht, ist es schon schwierig, daraus ein neues Studiomitglied zu generieren. Wenn dieses Mitglied allerdings seine positive Meinung im Internet auf fitnessstudiosonline.de kundtut und eine Weiterempfehlung ausspricht, kann es dadurch eine Vielzahl von Interessenten erreichen. Das hört sich doch sehr gut an. Was bedeutet das für Sie als Studio-Betreiber? Sie generieren dadurch mehr Umsatz. Sie sparen dadurch massiv Marketingkosten. Sie besitzen ein aktives Weiterempfehlungstool. Sie erhalten zufriedene Kunden. Und Sie erhalten Schutz vor negativen Bewertungen von Mitbewerbern. Außerdem erhalten Sie laminierte Bewertungsflayer, die mit einem QR-Code versehen sind. Dies ist ein einfaches Verfahren, um Weiterempfehlungen zu erhalten. Als besonderen Boni erhalten Sie noch ein 5-Sterne-Siegel für Ihre Website oder zum Aushang in Ihrem Studio. Zusätzlich noch werden Sie bei Fitnessstudios online mit Ihrer Studio-Weiterempfehlungsrate dargestellt. Achten Sie einmal darauf, wie viele Firmen heute mit Kundensiegeln wie z.B. Stiftung Warentest, Ecomi, Trusted Jobs, Focus etc. hantieren. Erkennen Sie den hohen Marketingwert eines Empfehlungssiegels? Daher, nutzen Sie die Chance und starten Sie noch heute. Setzen Sie Empfehlungsmarketing 2.0 für Ihr Studio als günstiges Marketing-Tool ein. Jetzt liegt es an Ihnen, ob Sie sich weiterhin mit Mundpropaganda zufrieden geben möchten oder ob Sie das neuartige und effektive Empfehlungsmarketing 2.0 einsetzen wollen, mit dem Sie mehr Neumitglieder gewinnen, Ihren Umsatz stärken und trotzdem Ihre Marketingkosten massiv senken. Fitnessstudios online.de hat sich zur Aufgabe gemacht, Studio-Betreibern bei diesem wichtigen Thema weiterzuhelfen. Entscheiden Sie sich jetzt für mehr Erfolg. Erfahren Sie jetzt, wie einfach und kostengünstig es sein kann, mit Empfehlungsmarketing 2.0 neue und zufriedenere Studiemitglieder zu gewinnen. An dieser Stelle werden Sie sich fragen, was kostet mich das? Dazu möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Was bringen Ihnen nur zwei neue Mitglieder monatlich an Umsatzsteigerung? 50 Euro, 100 Euro oder 200 Euro mehr im Monat? Oder bei diesem Beispiel bis zu 29.000 Euro im Jahr? Was darf denn solch ein Tool kosten? 200 Euro monatlich oder 100 Euro monatlich? Wir bieten Ihnen dieses Tool, mit dem Sie wirklich Ihren neuen Umsatzziel einen großen Schritt näher kommen. Bedenken Sie, dass wir diesen günstigen Preis aber nur für eine sehr kurze Zeit garantieren können. Danach wird sich der Preis massiv erhöhen. Daher nutzen Sie am besten noch heute die Chance und klicken Sie den Download-Button für den Aufnahmeantrag unter diesem Video. Wir binden uns nicht einmal mehr fürs Z nausea und berühren. und wir gehen im nächsten Video. Wir hatten die Möglichkeit ein Video. Wir haben auch nicht wir dieseえ